Hey Leute, ich bin die Anno257 und jetzt kommt mein entscheidender Zug, was werde ich wohl tun? Ich wusste es irgendwie, ich habe nur Müssen, bitte. Mutan, na und? Wario hat 18, Yoshi hat 18, wenn ich 20 mache, kommt immer drauf ein, wie viel du kriegst, ja. Ach egal. Genau, und? Ach egal, sind weh es schon mal. Ich bin 10, also 17 Münzen, wenn es geht, ich habe 1,3, in mich. Ist wurscht. Los, los. Juhu. 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 Das war für alles. Das war und da war die Gommas auf der Parkbank. Ja, genau. Den sitzen. Okay, du bist halt, das war einfach, das war einfach, das war eine Verzweiflung. Na, das war einfach, weil ich jetzt alles loswerden will. Es hat eh keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Okay, auch alle Sterne. Los, los, hol den den Stern weg. Ach, knapp. Was denn? Da vorne war noch ein Hotel. Wenn ich da jetzt hingekommen, ich hätte mich geärgert. Ja, und ich schon. Hätte ich die mit dem Dalvis hin können, aber ein Glück war es nicht so. War aber 3 Sterne, ich 0. 9. Hättest du ihn überfahren, Buss, ich hätte dir gratuliert. 3 Wissen schaffst du nicht. Los, investier alles. Genau, die 4 noch 4 und 5. Investier alles. Ja. Gut, so, das ist mein Junge, den hab ich groß. Geil, dem fehlen noch 40 Münzen. Geil, ist, geil. Na, 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 na. Nein, es muss ja alles, wenn mir das Leben leider etwas weckt, deshalb werde ich allein noch mal ein bisschen locker rein auf. Timeless Play nur so halt vor 2 gegen 2, oh Gott. Und Joshi und ich. Nein. Nein. Penis. Hör auf, so was zu sagen. Das musste sein. Penis. Hör auf. Ich hatte, ich hatte Vario. Nein. Mini-Football. Fick dich. Weil ich ihn aber ran. Okay, jetzt reden. Ja. Frieden. Ich hab die Fähigkeit. Los, Knacker. Äh, ja. What? Oh, Underground. Seht mir das auch was aus. Na gut, nicht ganz. Ah, ich hab ja schon. Oh, ich hab ja schon. Mann. 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 und hat sich so Scheiße, das war Wario Ach nee, das hat ja auch vor Das letzte Minute Spiel, wo es noch mal so richtig ums Poppen geht Was hast du denn mit diesen Jörtern? Ich hab keine Ahnung, das ist der Fluch, der ist außer Nubel Okay, 4 zu Stimmt, da musst du ja so viel tauschen Ach, egal Ich dachte erst, wir müssen die blauen töten Also die letzten Parts waren jetzt nur noch langweilig aus dem Grund Wir wussten alle, Cola 3481 wird gewinnen Ja, das ging jetzt leider Ja, dadurch, dass wir so Zeitdruck hatten, haben wir nur 10 Runden gemacht Aber wir werden es wiederholen, machen dann König Buchus Horror hoch Wahrscheinlich, wahrscheinlich Machen dann 15 oder 20 Runden, dann haben wir mehr Zeit Also wirklich das Na ja, Spaß Es ging Hat nicht so viel Spaß gemacht Wie der Rest Ja, zum Schluss wurde es langweilig Na gut, Wario ist durchgedreht Das wurde mal wieder lustig Das war in der Mitte, das war nicht der Mensch Oh So So, Bonus-Sterne, wer bekommt die? Egal wer sie bekommt Na gut, eigentlich ist nicht Konnt immer drauf an, ob ich die noch eingekommen habe Wie nicht die Sterne Immer legst du nur eigentlich? Natürlich! Das war so klar Das war so klar Das war so klar Den hätte ich jetzt gekriegt und zwar aus dem Grund hätte ich da einmalig abgespackt und auf Blupa geguckt Naja Ja Bonbonstern haben andere besser Because Leute, das hat mehr Bonbons gegessen als alle anderen Ja, am Ende habe ich nochmal zugelangt Ja, Robimuhaha Ne, das ist mit dem Mini-Spielstern war ja, wie gesagt Ja, das war so Das ist mit dem Mini-Spielstern 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 Spacken abgemacht Ja, war nur drauf Ja, war nur drauf Nein, aber war nur drauf, aber gespackt Ah, so, ja Was für ein Träum, ja, ist so Komm Sie ist was da Ja, du hast die Sonne, war es jetzt auch nicht, ne Das steht aber auch bei Köln, sowas so ultra, wenn du die Arena schaffst Das ist genau so, das ist cool, ja Ich hab andere Stellen, lustig Leute Scheiße, die müssen jetzt nicht investiert und wenn ich noch zweite Aber es ist egal, dass es den Rollen Ich bin so riesig War immer ganz schnell, ich hab noch Bock Ich hab ganz schnell Bock, 20 Partykarten Ja, hoch Und zwar will ich noch ganz schnell was machen Und was? Ganz schnell, pass auf Wir haben nämlich noch 10 Minuten Ne, 5, ungefähr 5 Oh, komm, es ist noch ein bisschen auch noch Ich bin nicht hin Und welches? Wirst du sehen, wirst du sehen Mein Lieblingsspiel Nein, nein, nein Denkommst Nein, nein, nein Sag jetzt nicht das Das, das, das Doch, natürlich Ich füge dich! Poke What is the number one? Go Genau Stark Stark Freibald, wir setzen uns jetzt ein Spielautomaten Und machen einen auf Juhu Pigmen Oh Gott Ja, es ist auch Raider Ja, ich sehe ihn auch gerade Sein steht Bauer, ja Das ist ein Mr. Cool Mr. Cool ist das Oh ja, Mr. Cool Duell Duell Was machst du? ich bin und ich schaue nach woher bei dir einfach noch mal schnell machen das kann ich genau das kann ich ja auch das letzte letzte G2 cooler was keine Überraschung weiteres vorgezeigt wirklich? Ja. Nicht so im Partei. Meine Mütze hat es auch so genießen. Ne, nein, die hat es nicht. Ach, das wird doch nicht. Oh, genial! Oh, genial! Gut, ich hab den Ball, ich wach, ja. So, das meine Spiel ging an mich, jetzt haben wir beide einmal in diesem Spiel gewonnen und fertig. Ey, das ist doch mal! Ey, das ist doch nicht schön, ja? Ey, du verdammt so! Perfekt, sein Unentschieden wie bei Big Battle Time. Ey, du verdammter! Oh, da ging es bei Big Battle Time doch nicht mit Unentschieden aus. Seht es! In Big Battle Time! Na dann, Leute, ich bin Janus 24, Stefan, das ist cooler 3-4-1. Ey, was willst du denn sagen? Ey, du verdammter! Ja, ja, ja. Ey, du Kleider! Ja, na dann... Ey, liest auf und... Ey... Na dann, ciao! Man sieht sich!